hey leute ich bin es wieder euer rotax und herzlich willkommen zum nächsten server tagebuch video hier auf meinem channel ja und dieses mal wieder mit einem kleinen wie soll ich sagen mit einem kleinen mini game diesmal ist es nicht wirklich die server tagebefolge sondern eher so ein kleines mini spiel und zwar gibt es auf katkon wenn ihr in der lobby site gibt es ein neues mini spiel das ganze nennt sich speed build und das kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen also kennt ihr vielleicht schon von anderen servern bei mir war es zum beispiel so ich kann das spiel schon wie das funktioniert also man bekommt immer eine kleine vorlage von einem gebäude oder von irgendeinem bauwerk und muss man dann so schnell wie möglich nachbauen und ja ich werde jetzt gleich mal zeigen wie das ganze funktioniert ich habe das mal mit ein paar leuten gespielt übrigens ich werde da irgendwie vielleicht das so art wie q machen da ja das ist live pvp mittlerweile ja schon lange nicht mehr war vielleicht mache ich irgendwas mit speed build das spiel gefällt mir echt sehr sehr gut und hier zieht man zum beispiel so ein pilz oder irgend so ein teil das muss man hier nachbauen und man hat irgendwie so keine ahnung ich glaube sechs oder sieben sekunden zeit sich das ding zu merken und zack ist es weg und dann muss man so schnell wie möglich nachbauen und wenn man es nicht schafft dann naja dann ist es eben ziemlich schlecht und ich glaube es gibt so viele runden bis keine spiele mehr dabei sind ich habe mal so keine ahnung ich dachte immer ich nehme mal eine folge mit hier wie soll ich sagen ich nehme hier mal einmal eine folge auf wo ich das jetzt zeige und das ganze hier mitnehmen in der lobby so wollte ich sagen den satz alter manchmal kann ich echt nicht reden und ja nächste folge gibt es übrigens ein wunderschönes live commentary von der fragerunde und das ist glaube ich release ich einen tag dann vor meinem geburtstag irgendwie sowas weil an meinem geburtstag gleich keine folge hoch und keine ahnung da werde ich wahrscheinlich nicht auf cutcon sein deswegen einen tag vorher so zeit ist vorbei niemand hat es geschafft weil irgendwie das redstone herumgepackt hat das war den letzten dass er bei den runden davor nicht so und die afo und die mir denke ich passe schon und die eben ollie nato hat es eben gar nicht gibt also der war der schlechteste nie war da irgendjemand irgendjemand wird gesprengt ich weiß nicht wer das war egal auf jeden fall jetzt kommt das nächste der t-rex brustkorb ja genau der ordinator wurde gerade gesprengt und da ging es eben direkt los dieses ding hier zu bauen man muss sich das halt merken und eben nachbauen und das läuft eigentlich ganz gut ich habe da irgendwie ich glaube wir haben drei runden gespielt ich habe alle drei runden gewonnen also perfektes spiel für den rt und 14 sekunden gebraucht um das ding nachzubauen da sieht man zum beispiel wie das ganze funktioniert so und da wird ein bisschen nachgeguckt und hier sehen wir dann noch mal wie das ganze ist aussieht also zehn sekunden zum beispiel hat der in kavale dahinten ist noch zeit um das ganze hier fertig zu bauen mal gucken ob er schafft fünf vier drei zwei eins und päm zeit vorbei ja der hat es dann im neck geschafft und dann kommt wieder der böse tintenfisch oder wie auch immer das ding nennt ich glaube ein wächter ist es oder sowas jetzt sieht man das gleich sagt der visite an und dann war es das mit seiner hinseln läuft auf jeden fall so nächstes ding war so eine art klavier oder halt irgend so ein teil zack und ging auch schon los also das geht hier wirklich ruckzuck also da muss man nicht viel ist mal wirklich nicht viel zeit um irgendwas sich zu merken oder einzuprägen und muss sich da irgendwie wirklich denken so da war das ding das habe ich mal gemerkt und dann eben ganz zum schluss zack da habe ich noch was falsch gebaut zum glück sind die blöcke also mit einem klick weg und da hätte ich richtig viel mehr zeit rausholen können ich dachte nämlich sind es sind nur zwei reihen und habe also irgendwie zwei reingebaut ist jetzt ja gerade zack und dachte so so fertig und dann muss ich noch die letzte reihe auch dazu bauen aber gut es ging ja eigentlich ganz gut 29 sekunden ist ja eigentlich nicht so schlecht ja und ich wollte ich mal quasi das minigame vorstellen wie gesagt da kommt einfach immer in der lobby also wenn die slash lobby auf katkon eingebt und dann gerade auslauft und da irgendwelche leute halt am warten sind und mit denen ihr könntet dann spielen so das war schon etwas schwieriger denn da muss man irgendwie so die dinger bauen also wie soll ich sagen so eine art ihr garten war das ich habe es dann irgendwie doch geschafft dass es ging dann ganz gut rotex hat printer natürlich ist ja alles mit wer ist das ding damit ich glaube das ist ja schematiker glaube ich hieß der mod ja genau schematik mit dem gebaut ich glaube da gibt es eine printerfunktion so zack und zack und zack ende gelände perfektes match und wieder 26 sekunden gebraucht deswegen das spiel kann ich eigentlich ziemlich gut so kann können also ich merke mir halt wie das ding aussieht und bau das halt dann irgendwie nach jeder jump war das nicht so ganz hinbekommen glaube ich da drüben auf jeden fall ich hoffe euch hat die folge gefallen grüße ich noch aus an jambulaya olinator und in kvali die damit wir das spiel gespielt haben dieses bilders oder sorry dieses speed bild ja speed bilders jo auf jeden fall danke fürs zuschauen ich irgendwann sieht man sich vielleicht einmal in diesem spiel wie gesagt wer da hinkommt wisst ihr mittlerweile wie das ganze funktioniert weiß auch und der rt hat gewonnen natürlich bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen euer rotex